Tag Leute, Licht geht an und da sind wir, der Junge-Fan und ich der Alte-Fan, der gerade noch ein bisschen Naschen-Zeugs da im Mund hat. So, das Erste, was ich jetzt machen muss, ist hier, okay, jetzt muss ich das wieder neu hacken, da hast du lang gewartet, weil das wächst uns ständig in die Bude rein. Ey, da ist eine Spinne, ey, hol nicht die Spinne jetzt her, Bengel. Ja, Alter, wenn ich jetzt hier hacke, weißt du? Da, schnell aufsammeln, brauchen wir alles später mal zum Basteln. Aber guck mal. Ich guck jetzt nicht, ich passe jetzt hier auf. Guck mich mal kurz noch an. Oah! Okay. Viel Spaß mit der Spinne. Ja, sie geht. Aber du musst mich gleich mal angucken. Ich guck dich gleich an. Ja, du bist ein ganz hübscher. Ja. Ja. Das war der Fallschirm. Okay, der ist weggerannt, der will nicht angeguckt werden, von daher. Hast du alles geholt an Holzzeug? Hä? Ja. Okay. Du brauchst da nicht mehr hin. Hm. 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 Okay. Ich hab Marienkäferrüstung an. Du hast einen Eichelkopf. Ne, guck mal meine Brust an. Ja, die ist da irgendwas mit... Ich hab so ein kleines Röckchen. Ich hab so ein kleines Röckchen an. Lenden-Shorts. Lenden-Shorts. Irgendwie sowas hat er um. So. Also, Plan ist jetzt hier, für diese Folge... Was ist der Plan? Mein Plan ist... Ähm, wir wollen noch ein paar Bombardierkäfer killen. Okay. Also. Bombardierkäfer killen steht an. Das machen wir. Und ich würde gerne... Wo sind hier Länder eigentlich? In hier Länder basteln. Mit... Mit F. Ach stimmt, mein F ist ja so komisch. Eichelzaun. Soll ich dann schon mal losgehen? Nö, du wartest jetzt bitte. Zack, zack. So. Okay. Eichelzaun steht. Also, die Hologramme zumindest. Äh, okay. Je noch gepimpt bin ich. Am Leben bin ich auch noch. Auf geht's. Heißt auch mal, ich schaff dich da, oder... Ne? Mhm. So, wo müssen wir da jetzt hin? Ja, wieder zurück zum Busch eigentlich. Zum Busch. Ja, zur Hecke. Ab durch die Hecke. Mhm. Ne, neben der Hecke. Ja, wir sind alle gut. Genau. Wir sind alle gut. Jetzt häng ich hier fest, ey. Kacke. Och, komm schon, ihr Kackmilben, ey. Ist der schon wieder da? Ne, ne? Ne, ne. Der hier ist auf jeden Fall nicht da. Okay, ich hab ein... Ist der schon weitergelaufen? Ne, ich bin hier oben auf dem Stein. Oh, ne, ne. Warte, zurück, Papa. Ne, ne, ne. Falsche Richtung. Ja, lauter fliegen. Wir müssen hier um den Tümpel. Da hinten sind aber Spinnen. Ist ja klar, ne? Ja, da... Nein, ja. Und hinterm Hügel sind sogar, glaub ich, haben wir mal drei Bombardierkäfer gesehen. Nein. Okay, warte mal, warte mal. Ich hab hier einen Verfolger, der geht mir sowas von auf den Sack, ey. Oh mein Gott, hier hat gerade... Warum haben wir hier die Käfer gekackt? Nein, ne Biene über mir hat gerade Pollen fallen gelassen. Auf einmal sind hier, wo ich gerade stehe, so Pollen. Ja, hast du ihn gesammelt. Ja, ja. Spannend. Die lagen auf einmal da. Ich verstehe irgendwie nicht, wie das funktioniert. Kann bestimmt irgendwie so eine Pollenfarbe machen, indem man die irgendwie einsperrt und dann... Oh, scheiße. Bin ich hier auf dem Spinnenhügel? Ja. Du weißt, wo Bombardierkäfer sind. Ja, hier. Sicher? Ja, ja. Zwei. Ich seh zwei Stück schon. Okay. Ich geh mal hier oben auf den Stein. Oh klar, was nacken die denn da? Ja, die lassen sich's gut gehen. Okay, einen dritten habe ich auch gesehen. Ja, ja. Hier sind sehr viele. Welchen nehmen wir jetzt da? Ah, hier. Ähm... Warte, 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 warte. Moment. Kommst du auch hier hoch? Ich versuch's. Ich schieß dann schon mal einen an. Nee. Woah. Oh, Fuck. Warum gehst du runter? Ich wollte eigentlich irgendwo hoch. Dummi Laufen. Mach nix. Ey, wie...? Ja, dich hat er wieder erwischt, was? Papa? Ja. Okay. Da kommt noch einer. Da musst du aufpassen. Ich weiß, ich weiß. Oh. Oh, ich bin weg. Ich bin fast tot. Oh, da oben ist ja einer. Ja. Warum sagst du das nicht? Was machst du nun mit dem anderen da? Warum bist du nicht weggegangen? Bin doch weg. Okay, Konzentration auf einen. Wo bist du? Wo ist denn der Gedamagte? Der war kurz vor Tod. Ja, hab ihn. Einer ist tot. Welchen nehmen wir jetzt? Den da unten auf jeden Fall. Okay, es sind alle beide unten. Auf jeden Fall. Ja, direkt neben dir. Ich weiß nicht, wo ist denn der? Da unten. Warum schießen? Ey, Fertperson ist so ein Peck. Ja. Ding meint immer Firstperson. Oh, scheiße. Den hat er echt bis nach oben gebracht, ey. Ja. Headshot. Okay, der ist dann... Warte kurz. Ich bin gleich auf dem Weg zu dir. Alter, der ist Akrotrophäe. Ja, ja, ja. Weil ich hatte halt irgendwie weniger als 10% vom Leben, als er mich so direkt getroffen hat. Papa, der ist gleich tot, bitte. Alter. Papa! Ein Schuss! Tot. Oh, ja. Oh, ne. Oh, ne. Einsammeln. Meine. Alles meine. Also, ich brauch noch 10 Pfeile, dann hab ich alle. Okay, dann schießen wir jetzt noch den letzten ab. Moment, 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 Moment. Lass uns kein Vieh wegmachen, weil das nervt dann immer am meisten. Und... Er ist Akrot. Ja. Wo ist er denn? Da hinten. Hier, bei mir, bei mir. Papa! Nein, 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 nein. Ganz falsch, ganz falsch. Ganz falsch. Ja, ja. Gut, daneben. Der fällt. Nicht getroffen. Aber irgendwas anderes hat er... Scheiße. Irgendwas anderes macht mich auch noch platt hier. Da ist hier so eine kacken Wanze. Larve. Drecksvieh. Okay, wie viele Brocken hast du? Okay, lass mal gucken. Ich hab zwei Brocken. Ich hab fünf aus zwei Käfern. Da auch noch eine Larve. Vielleicht ist da hinten noch einer. Oder vielleicht ein... Oder vielleicht ein... Popcorn? Ein Hotdog. Wait. Okay, key. Hä? Oh, Alter. Oh, Alter. Willst du mal herkommen? Na ja, bin unterwegs. Alter, scheiße. Okay. Hier sind... Oh, Larve, 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 Larve. Verdammt viele. Komm hier auf den Hotdog. Komm auf den Hotdog. Die Frage ist jetzt wie. Hier, hier auf meiner Seite. Hier kannst du... Nein, 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 nein. Alter. Du regenerierst außerdem mit deinem Schwert, ne? Ich hoffe, das weißt du. Oh, die fällen einfach Bäume. Ja, tun sie. So, da ist noch einer. So, der ist tot. Okay, beide tot. Komm mal her. Ach so, dann lass mal den hier abbauen. Den Hotdog kann man abbauen? Ja. Ja, ist weg. Okay. Cool. Ähm, ja, dann lass... So, warte, lass mal gucken. Okay, ich hab jetzt noch Altfach frei. Okay. Oh, meine Rüstung. Die ist auch schon fast platt. Komm. Ja, aber was brauchst du denn dafür zu reparieren? Weiß ich nicht. Ameisen-Zeugs bestimmt. Für die Transportrüstung. So, jetzt geht's nach Hause? Uah! Ey, zum Glück bin ich noch hier oben, ey. Papa, hä, warum greifen wir jetzt die Ameise an? Nein, weil du höchstwahrscheinlich die Piektaste, ey. Nein, hab ich nicht. Aua, hallo? Ey, wenn du vor mein Schwert springst, ja, bist du selber schuld, Bengel. Ich, nein, 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 nein. Auf jeden Fall bist du selber schuld. Nein, ich bin nicht vor deinem Schwert gesprungen. Im Glatt bist du auch wieder vor mein Schwert gerannt. Nein, du, also da warst du ja wirklich hinter mir. Lass mal hier entlang. Oh. Ey, du wolltest nach Hause. Scheiße, sind hier viele Pilze. Ja, vor allem ich hab bloß noch einen Slot frei. Hä? Ich kann mir kaputt schauen. Ich hab noch verdammt viele Slot. Die kann man kaputt machen, die Pilze. Und dann? Ja, dann bekommen wir diese Pilzbrocken. Ja, und dann? Ich hab da keinen Platz mehr. Ach, oh, guck mal, jetzt fällt. Ja, ich hab mega viel Platz. Ey, hier schleift irgendwo was. Okay. Das ist nicht gut, wenn du das Schnarchen hörst. Tag. Öfters Haufen. Äh, hi. Das ist doch einer, den du richtig kennst, ne? Ja, ja. Öfter Täufchen. Netter Typ. Bumm. Ist genau so ein Puppertier. Ja, ja. Aber Papa, komm, helf mir. Ich kann die alle aufheben. Ich hab, was die gefunden hier. Hallo, geh doch kaputt. Höh. Wow. Geil. Können wir... Ne, hä, ne, was ist das? Weiß ich. SAP ist deiner... Ist keiner... Ich glaub, das ist irgendein Upgrade. Ja, das ist so ein Farbschema. Was? Weiß ich auch nicht. Was kann man jetzt machen? Weiß ich auch nicht. Also, tap und dann... Was? Weiß ich auch nicht. Ne, wo hast du denn das gefunden? Man lag da hinten in der Ecke und hat sie grün geleuchtet. Ne, was hast du denn gefunden? Alter, das ist nicht schön. Das ist eine Spinne, die schnarcht. Guck mal kurz um die Ecke. Hier, da ist er. Ne, ganz dicke. Was, eine Wolfsspinne? Eine Wolfsspinne. Ich bin weg. Tschüss. Pass auf mich. Okay, ja, die Pilze noch. Guck mal, der will nicht kaputt gehen. Doch, tut er. Danke. Hast du alles? Ja. Fertig. Komm weg hier. Ich brauch nicht diese Begegnung mit diesen Viechern. Was ist das? Gleich mehr im Dunkeln. Ha. Sieht aus wie ein Konzertding. So ein Open-Air-Konzert, irgendwas. Ich gucke mal, wie viele Sprösslinge hier sind. Ja. Hellige Scheiße. Oh, hier ist ein... Den kennen wir schon. Forschungsdings, aber da können wir... Oh, Oreos! Papa, komm her! Komm her! Oh mein Gott! Ich weiß gar nicht, wo du bist. Da hinten. Hier hinten dran. Bam. 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 Kann ich die kaputt machen? Nee, ich kann es nicht so machen. Nee, ich tue nicht. Ich muss aber kurz was essen. Oh, ich muss was trinken. So, wie es aussieht. Zack. Ein paar Oveo-Pocken. Unnormals. Tastes good. Zack. Okay, dann lass direkt mal hier forschen, ne? Oh. Hier, an der Forschungsstation. Hast du was zum Forschen? Ja. Warten. Wir können alle Forschungs... Ja. Äh, Oreo-Brocken, diese Fleischbrocken und, ähm, Pilzbrocken. Okay. Ah. Pilzbrei. Mhm. Ich glaube, damit kann man, ähm, füttern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Menschenfutter. Aha. Mit den Hotdog-Brocken. Oder was das war? Mhm. Und Oreo-Brocken. Ohne irgendwas. Super. Kann man die essen? Wollen wir nicht. Lass uns kurz gucken. Verbrauchen, ja. Lass uns mal gucken hier mit diesem Armband, was ich habe. Oh, es ist doch hier dieses Armband. Ah, Tagmodus, Night. Ach so, das ist, äh, Scrap-B Version 1.2 war das gewesen. Oh, geil. Hä, aber ich verstehe das irgendwie nicht. Was macht denn das? Jetzt. Da kannst du, äh, das Farbschema anpassen. Hä, und wo... Guck mal, wie das Menü aussehen soll. Bei US. Ach so, Night. Kontrast. LCD. Oh. Mhm. Mhm. Oh ja, das sieht geil aus. Ach, und Nachtmodus. Also, ich finde das mit starker Kontrast, das finde ich gut. So, draußen. Ich höre da was. Ey, ich will jetzt nach Hose. Hörst du das? Ähm. Naja. Da, da, da. Milber, 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 Milber. Ja, aber es wird jetzt auch langsam dunkel. Ja, richtig. Wird aber eigentlich nach neuen Special Sachen gucken. Ja, kannst du machen, den Dunkel, ohne mich. Guck mal zum Spawn und gucken, ob vielleicht da... Keine Ahnung, wo hier der Spawn ist, ey. Ob da vielleicht, ähm, diese Dose geöffnet ist. Die, der Pandora. Ne, diese Minz-Teile. Stimmt, ähm. Der Sam. Was geht denn hier jetzt an? Ja, genau. Weißt du was über diese Minz-Dose oder was das ist? Wann die geöffnet ist oder so? Weil, ich glaube, da kann man doch reingehen. Die ist geöffnet von 10 bis 16 Uhr. Äh, in die Rehrichtung? Ich glaube, sie geht ja so lang. Weil ich würde gerne dieses Minz-Teile. Da kann man so einen dicken Hammer rausmachen. Für Nahkampf. Oh, hier ist ja direkt der Spawn, lol. So, wo ist hier? Da ist das Teil. Okay, ist doch größer, als ich gedacht hab. Ist es offen? Warum sollte es jetzt offen sein? Ja, weiß nicht, aber... Ich weiß auch nicht. Warum sollte es offen sein? Verstehe ich nicht. Ich will, dass es geöffnet wird. Ich will da ran. Ich brauche das Zeug. Also, ich kann hier nichts machen. Ey, guck mal, wie viele Tropfen hier sind. Okay, dann... Können wir eigentlich hier noch das da abbauen? Mit den Tropfen? Ja, überall an den Blättern. Oh, warte mal. Brauchen noch Essen für morgen früh. Wo ist denn viel hin? Da kugelt's. Inventar voll, nein! Fliegenpelz habe ich hier. Hab's. Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein Vieh, ähm... Was wir killen müssen. Ich hab's. Ja, wir brauchen noch ein Vieh, was wir killen müssen. Ja, ich hab hier was gehört. Das ist unsere Bude. Hallo, Rüsselkäfer. Das ist unsere Bude. Da hinten, in die Richtung. Rutsch ist Rüsselkäfer. Okay. Ja, wegen Schnabolieren für morgen nach der Nacht. Klaus ist tot. Hä? Sperrwerfer. Was? Hm. Da hinten ist die Bude eigentlich, ne? Naja. Hm, hier können wir nichts machen, denke ich. Oh, hier sind Spinnen. Ja, ich geh auch nach Hause. Ja, aber ich... 200 Zentimeter. Oh, scheiße, das ist ne Kacklarve. Da ist ne Kackspinne. Da ist der Baum. Oh, die zweite Kackspinne! Oh, zum Glück bin ich hier hochgekommen. Alter. Oh, ja, da ist ein Beruhigungstropfen. Komm her, Beruhigungstropfen. Ich brauch dich. Oh, danke, ey. Da ist die Hütte. Oh, auf einmal die spawnt die Biene. Sehr gut. Heilige Scheiße, ey. Oh, den kill ich noch. Der Arme. Oh, 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 nee. Die Laus, die würde ich gerne haben. Ja. Sehr gut. Oh, ich nehme noch den Tropfen. So, kann ich was anhängen hier? Äh, ich hab nichts. So, trotzdem muss ich mal Zeug wegpacken hier aus der... Ähm... Inventar. Das geht weg. Dann machen wir den Hammer da wieder hin. Ja, egal. Das geht weg, das geht weg. Nee, geht nicht weg. Doch, ging weg. Oh, hier ist vergammeltes Fleisch. Oh, Mann. Ja, das können wir für Beete benutzen. Falls wir reiche machen. Oh, kümmerst du dich drum. Äh, da haben wir noch was. Okay. Äh, dann guck ich mal noch schnell... Okay. ...pack ich Sachen auf den Grill. Okay, dann muss ich ein bisschen Stacheln holen und so weiter. Die dürrte Zeugs kann ich hier wegmachen, ne? Ja. Mhm. Ich hab drei Sachen auf dem Grill, ne? Ja. Für morgen. Ach, scheiße, hätt ich gar nicht abnehmen müssen. Glaub ich. Äh, hab ich alles genommen? Warte mal kurz. Hä? Okay. Okay. Schön Nachtmodus? Ne, ne? Ähm... Bei mir nicht, ne. Okay, dann warte mal. Lass mal gucken. Waren hier noch irgendwo Stacheln drin? Papa? Hier. Dann mach ich mir... Au. Au. Was ist Au? Die Bienenrüstung ist eigentlich sehr geil auch. Die hat noch Burgenbetäubung und leichte Rüstung. Bodenbetäubung ist cool, äh, Bogen. Burgen. Bogen. Deswegen würde ich... Also ich würde jetzt auf jeden Fall einen Marienkäfer-Set machen. Mhm. Und dann müssen wir halt noch viele Bienen töten. Mhm, mhm. Für das andere Teil, ne. Ja. Dann mach ich jetzt noch, äh... Das ist nix, wenn wir Pflanzen bestauben. Einen Bienenkopf. So. Hey, guck mich mal an. Hm? Ja, ja, sieht nicht gesund aus. Warum nicht? Warte nicht. Ist beängstigend. Was war das? Immer noch nicht nacht, ne? Hm. Ne, noch ne halbe Stunde. Ingame. Hat war da hinten irgendwo ne Distel? Oh Gott, ey. Hat war da hinten irgendwo ne Distel? Weißt du das rein zufällig? Ja, ja, ja. Wir hatten hinten bei den, äh, Rosen. Ne Distel. Okay. So, haben wir noch ne Fackel hergestellt. Oh, Mensch. Käfer stehen ist immer noch da. Dann. Irgendwie leuchtet sich die mir ja so schön. Okay, jetzt in der Nacht die Distel hochklettern ist höchstwahrscheinlich ohne gerade das. Ja, jetzt ist Nacht. So, da ist. Also, Leute, es ist Nacht. Das heißt, wir gehen jetzt ab ins Bettchen. Und verabschieden hier uns eben entsprechend. Wir haben ein paar Käferchen geklatscht und ein paar Pilze gepflückt. Und hier, gucke hier, unser Hauskäferchen. Der kommt nicht mehr raus. Hat sich hier drin verirrt und renkt immer gegen den Pfosten da. Ach, der Arme. Komm, raus mit dir. Komm, Kusch. Kusch. Ja, die kann man nicht mehr helfen. So, bleibt hier. So. Gucken wir mal kurz hier. Der steht vor dem Trog und putzelt sich was. Aber ja. Weiter geht's ja einfach in der nächsten Folge, ne. Von daher sagen jetzt nämlich der. Junge Film. Und ich der alte Film. Ciao, ciao. Lasst einen Daumen oben da und gerne Kommentare. Und sehr gerne ein Abo. Wir würden uns drüber freuen, ne. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.